Die Rehe haben auch keinen Respekt vor Eigentum, ne? Den ist doch kack egal. Calvin! Calvin, jo, hör mal. Nimm doch mal folgenden Gegenstand. Was kann ich dir denn geben? Taktische Jacke? Lederjacke? Okay, ich guck mal kurz weiter. Hab man da sonst nix? Okay, das waren die einzigen. Taktische Jacke, zeig mir her. Ach, das ist die wieder. Ja, du, dann, äh. Ich, ich, das wird... Alpha, Calvin. Calvin. Alpha, Calvin. Entschuldigung. Huch, was? Oh, oh Gott, ich hab Tränen im Ohr. Oh, schön. Vertrauer aber, Vertrauer. Oh, Junge, Junge, Junge. Und, äh, dieser weiße Smoking, den wir gefunden haben. Wir selber können ihn nicht anziehen, ne? Ist der dann für, ist der für Eugenia? Ich mein, bei uns selber bringt das ja alles nix. Wir tragen ja auch nix. Hm. Oh Gott. Ach, ich hab den an. Ich hab den an. Aber ich seh mich doch gar nicht. Ich hab vor allem die Mutantenrüstung drüber und so. Ist nicht unbedingt ein modisches Statement. So, das hier wird lustig. Wobei, sollten wir hinkriegen. Sollten wir hinkriegen. Warte, warte. So, ich mach nochmal schnell den hier. Dann den da durch. Hier wieder zumachen. Das Lager wollen wir nicht sehen. Das hässliche Ding. Äh, und dann gucken wir mal von der anderen Seite. Hallo? So mal. Können wir den Anzug ausziehen und Calvin geben? Nee, ne? Würde mich echt interessieren. Das geht. Aber wie zieh ich den an? Ach, warte mal. Ich hab doch hier unten selber Klamotten, ne? Taktische Jacke und so. Taktische Jacke und Winterjacke. Oh. Okay. Calvin. Calvin. Jetzt hängt der da. Okay, Calvin. Ich geh mal kurz. Vielleicht kommt der hier rüber. Warte mal. Calvin. 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 Calvin Diesel. Hallo. Ihr kennt ihn vielleicht aus Ark. Zwei. Kelly. Ja, da kommt nicht mehr. Ich glaub, ich glaub, der, der klemmt fest da hinten. Äh, hör mal. Könntest du vielleicht mal? Als ob. Hä? Richtiger Hitman bist du jetzt? Hä? Ja, gut. Von der KI her ein bisschen Shitman. Aber, aber gut. Aber richtiger Style. Calvin. Oho. Also, vielleicht wird's ja was mit Virginia. Mal gucken, mal gucken. Zeig dich mal her. Du kleiner Lustknabe. Uäh, uäh. Also, richtiger Geheimagent. Richtiger Geheimagent. Oh. Ich glaube. Also, sollte er mit Virginia zusammenkommen und die haben Nachwuchs, dann kriegt er wahrscheinlich auch drei Arme, drei Beine, aber ist zu dumm, die zu benutzen. Die schleifen einfach nur hinterher. So, warte. Okay, was? Was? Hab ich nicht gesagt. Was? Nein. Was? Gottes Willen. So. Okay, das funktioniert nicht so gut, wie ich mir das so oft habe. Ich guck mal, ob ich das hier von der anderen Seite, von hier machen kann. Ich hoffe, das geht. Jo, sieht gut aus. Okay. Und dann nochmal hier. Ich meine, da müssen wir eh noch durch. Das mache ich dann zum Schluss. So. Und dann hier auch nochmal. Dann kriegen wir es ja doch noch hin. Och, ein Träumchen. Mmh. Ein geiles, großes Lager. Oh. Richtig feuchter Traum einfach. Also, weil ich so schwitze vom Arbeiten, meine ich. Ähm, gut. Ähm. Jetzt müssen wir nur noch eins hinkriegen. Das ist bestimmt kein Problem, hier, wo die ganzen Lager sind, jetzt noch Dinger hinzubauen, ne? Nachträglich. Also, hier geht's. Und da? Doch, geht. Oh, das geht. Oh, das geht. Oh, Gott sei Dank. Ich hab gerade gedacht, wir sind gefühlt unfähig, das zu tun. Na, Gott sei Dank. Ja, dann zu mit der Soße. Ach, hier so ein Schrägbalken, aber ist egal, glaube ich, ne? So. Irgendwo müssen wir den Wald ja unterbringen. So. Ja, das wird ein bisschen nervig jetzt, aber ist egal. Wir müssen leider außen rumlaufen. So. Plopp. Plopp. Also, außen rum heißt innen rum. So, so. Dann einmal durch. Ach, was tut man nicht einfach alles, weil man eine Loot-Hure ist, Leute. Nur weil man eine unverbesserliche Loot-Hure ist. Und es wieder einmal nicht lassen kann. So. Okay. So. War nur noch einer, ne? Egal, wir brauchen eh noch einen Balken. Äh, weil mit einem Balken mach ich jetzt alle Regale. Habe ich mir überlegt. Ist ein Trick von mir. Ach so, wir müssen hier auch noch zumachen. Und vorher müssen wir ein Regal hier hinbauen. Wir bauen das von außen zu. Okay. Ich gehe wie der Papst durch und sägne die mit dem Baumstamm. Denomini. Okay. So. Ciao. Okay, die ganze Scheiße hier. Die kann ja ruhig despawnen. Die brauchen wir eigentlich nicht. Ich weiß halt nicht, was wir mit halben Dingern machen. Ich glaube, die kann man ins Feuer schmeißen, oder? Oder müssen die dafür noch kleiner sein? Äh, warte. Das war's. Das war's. Müssen noch kleiner. Okay, dann gucken wir mal. Dann machen wir das. Okay. Das ist ein schönes Lager. Gefällt mir sehr gut. Ist ein bisschen eng. Das gebe ich zu. Ja. Aber ich glaube, damit kann ich leben. Ja, folgendes. Ich mache erst mal die Wand rein und dann baue ich das Lager dagegen. Wenn das geht. Hallo? So. 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 So, 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 so. Ein wunderschöner Tag. So. Zack. Wand zugebaut. Und jetzt müssen wir leider irgendwie... Oh Gott. Den langen Weg nehmen. Hier ist jetzt zu, aber das ist okay. Damit, das ist okay. Damit kann ich leben. Wenn wir dafür ein richtig geiles Lager haben. Es sieht halt wirklich auch aus wie ein Lager. Sehr gut. Jetzt müssen wir noch die Regale alle vollkriegen. Aber ich glaube. Ich glaube an uns. Das geht nicht mehr, ne? Ich muss nach hinten. Okay. Eben gerade ging's. Kann ich hier in die Lücke rein? Und dann wie so ein Lückenbüßer. Warte, warte. Nein. Ah. Wenn man von vorne steht, klappt's. Aber hier ist zu wenig Platz. Wir müssen alles nochmal neu bauen. Das ist zu... Naja, das ist wieder nicht... Vorhin hat's geklappt. Vorhin hat's einfach geklappt. Also bei den beiden hier. Aber wir müssen was anders... Hallo. Hey. So. Ich reiß nochmal die Wand raus. Ähm. Das war falsch. Das war der hier. Ich reiß nochmal die Wand raus. So. Und dann... Bau ich von hier. Ich meine, das müsste auch gehen, oder? Jo. Cool. Wird schon passen. So. Nein. Ich meine, wir könnten das theoretisch auch bauen. Aber dann krieg ich die anderen Sachen nicht mehr rein. Warte mal. Äh, so. Survival Penny. Ja, ja, bisschen. Nicht ganz unrecht. So. Jetzt haben wir es aber endlich geschafft. Was für ein Krampf. Und es passt sogar ganz gut. Sieht aus wie gewollt. Scheiße wegräumen. Und wir haben unser Lager. Äh, ne Tür würd ich noch machen, ne? Ne Tür würd ich noch machen. Hinfort! Dafür brauchen wir noch, äh... Was ist denn hier? Der ganze Müll ist jetzt hier angeschwemmt. Scheiße. Was hab ich mir dabei gedacht? So. Hier kommt dann noch eine komplette Tür rein. Ähm, so. Einen Balken brauchen wir noch. Eigentlich 2,5. So. So. Sag mal, das ist mir der Keycard, ne? Das würd ich gerne weiterverfolgen übrigens. Ich weiß, es fällt nicht auf. Aber es ist mir ein Anliegen. So. Und nochmal. Die auch, ne? So. Flupfen. Huch. Hä? Hä? Wobei, die halben, brauchen wir die für oben noch? Ich mein, die können wir theoretisch benutzen, ne? Die sind jetzt nicht ganz so scheiße. Ich würd die erstmal hier, äh... Keine Ahnung. Hier. Hier. Hä? Ach, das ist der Scheid. Der Scheid. So. Die könnten wir noch brauchen. Diese Lampe nervt übrigens, ne? Die Schädellampe nervt immens. So. Hallo? Hä? Ich... Oh, okay. So. Dat hätten wir. Jetzt brauchen wir noch einmal diesen hier. Machst du diesen. Baller in die Tür hier rein. Ach, da ist immer noch so ein Ding drin. So. Dann haben wir's gleich. Dann haben wir's gleich. Oh, Gott sei Dank. Dann müssen wir noch Regale einsortieren. Ich komm mir wieder vor bei Seven Days. Es ist wahr. Es ist einfach wahr. Oder wie bei Minecraft. Ich komm mir einfach... Ich erkenne da langsam ein Muster. Ich sollte mir vielleicht Sorgen machen. Hier fehlt noch ein bisschen was. Ne? Aber da kann man so durchluben. Cool. Richtig geil. Ähm... Habe ich noch Schädel übrig? Nein. Das ist vielleicht noch ein Problem. Habe ich noch Schädel übrig? Nein. Okay. Dann räume ich die Schädel eben mal ganz kurz um. Eins, zwei, drei. Dann packe ich den mal ganz kurz rein. So. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Aus den Schädeln würde ich eh gerne Lampen machen, wenn ich... Überall klappt's. Die Sachen stehen mit dem Etikett nach vorne. Es klappt überall. Aber nicht bei dem hier. Weiß was. Fug you. Fug you. Hard. In the backside. Oh nein. Jetzt ist ein Schädel auch noch weg. Vor lauter Frust. Wir haben das von innen aufgestellt, nicht von außen. Aber ich bin ehrlich, ich habe keinen Bock, das Regal zu drehen. Ich will die Sachen hier weg haben. Sieht aus wie Steine. Wo ist denn der... Ist der Schädel hier noch irgendwo da? Ach, da liegt der noch. So. Ah, es ist doch bitter. So. Okay. Wie ist das? Wenn ich jetzt zum Beispiel... Warte. Warte. Hier. Hä? 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 Ich verstehe manchmal nicht, warum ich da bauen kann und da nicht. Also auf dem fetten Balken kann ich nicht bauen. Ich könnte hier auch Schädellampen probieren, ne? Also diese... Ah ne, die gehen da nicht. Man kann ja keine Stöcker hier reinstecken. Also draußen haben wir die auch an Baumstammen hängen, ne? An Baumstämmen hängen. Hier geht's aber offenbar nicht. Was eigentlich ein bisschen schade ist. Wir können die nur an diesen Querdingern hier aufhängen. Und da auch nur lokal begrenzt. Ne, Hängelampen gehen nicht. Dann kommen wir nämlich nicht mehr durch. Leider. Standfackeln gehen hier auch nicht, ne? Okay, da unten geht's. Aber... Das sieht irgendwie cool aus. Das sieht ein bisschen aus wie Skyrim. Oder? Ich hab grad so ein bisschen an Sinister gedacht. Äh, an Sinister. Quatsch. An, äh... An, äh... Boden-LEDs hab ich gedacht. Medieval-Boden-LEDs. Okay. Das ist geil. Okay. Gar nicht mal so uncool. Äh, das ist hinter dem Regal. Und das wäre dann quasi... Ah, okay. Das wird nicht funktionieren. Irgendwie geil. Hier ist noch ein bisschen schäbig. Wir brauchen hier noch mehr Licht. Die Regale würd ich gern noch... Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Wie soll man das alles unterbringen? Äh, ich geh mal schlafen, Leute. Warte, es ist dunkel. Andererseits können wir die Dunkelheit nutzen, um vielleicht noch ein paar Lampen anzubringen. Damit wir wissen, wo. Ah, ich hör dich schon wieder draußen. Nee, warte. So. Warum ist die so schief? Warum ist die denn... Ich frag. Weißt du was? Ich hab's aufgegeben zu fragen. Ich stelle manchmal keine Fragen mehr. Ich akzeptiere es einfach nur noch. Dann sind wenigstens beide schief. So. Und wir brauchen noch zwei Schädel. Ganz kurze Frage. Haben wir noch hier Schädel? Äh, nee. Ich glaub nicht. Ja, okay. Dann holen wir mal zwei umgedrehte Schädel aus unserem Lager. So. Da wir sind sehr da. Sag mal. Im Haus nerven die. Aber hier ist, glaub ich, ganz gut. So. Wow. Okay, ich bin ganz ehrlich. Das sieht aus wie ne Mordbude. Ich weiß nicht, ob ich da reingehen würde. Wenn ich hier nen Platten hätte oder so im Wald. Ich glaub, ich würd weiterfahren. Also zu Fuß. So, ich glaub ja, wir haben Besuch. Warte. Ne, geht. Alles gut. Gut. War niemand. Gut. Gut, 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 gut. Dann. Uhren. Was haben wir denn noch alles? Ach ja, wir hatten ja noch die Schokopops. Ja, für Schokopops brauchen wir auch noch was. Vielleicht hier einfach. Vielleicht hier einfach. Haben wir noch welche? Haben wir nicht mehr. Okay, 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 okay. Dann. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Und dann hier. So. Dann hier eins, zwei, drei, vier, fünf. Ach doch, und sind noch welche. Okay. So, paar leckere Schokopops. Wir machen uns hier einfach so einen leckeren Vorratsraum, ne? So. Dann hier unten. Na. Einmal aufstehen, bitte. Hallo? Warum steht er nicht auf? So. Ich muss. Ich glaube, das ist zu eng zum Aufstehen. Oh, Herr Geheimer. Hallo. Den. 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 Meine Damen. Eine ganz kurze Frage. Gut. Wie kommen die hier rein? Ihr respektiert meine Hood nicht. Hä? Alter. Die Axt ist langsam. Die ist echt langsam. Die ist echt langsam. Die blockt gut, aber die ist richtig langsam. Ne. Jetzt brauchst du auch nicht mehr. Ganz ehrlich. Das Bein ist ab. Also da ist jetzt der Spaß vorbei. Wir brauchen Virginia. Braucht, finde ich, gerade zwei neue Schäden. Was macht er denn? Was macht denn der Geheimagent? Hat den gerade in die Spikes geschubst? Coole Sache, Parker. Hey. Ich sehe da eine Freundin da hinten. Kann ich auch. Und jetzt? Oh, Portemonnaie. Scheiße. Ganz ehrlich. Ich kann das auch. Die brauchen gar nicht so anzugeben. Die brauchen nicht so anzugeben. Oh, scheiße. Ich kann auch in Spikes laufen, wie es aussieht. Kann ich auch. Die brauchen gar nicht so anzugeben mit ihren Spikes. Ich kann da auch reinlaufen. Brauchen da gar nicht so ein großes Gewäse drum zu machen. Okay, warte, warte. Jetzt erstmal wieder hier. Und hier. So. Hoch, runter. Wir müssen dringend essen, trinken, gut schlafen. Müssten wir auch noch. Wir haben gerade geschlafen, aber sind schon wieder völlig am Arsch. Gut. Ja, 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 ja. Du kannst gleich, du kannst gleich. Du musst die Deespawns noch mitnehmen. Also, bevor die kommen. So. Können wir eigentlich auch so ein lumpiges Bein? Ach, das kann ich wieder nicht wegschmeißen, ne? Ja, komm mit. Ja, du kannst ja gleich essen und trinken. Meine Fräse. So. Besser. Einfach besser. So, dann ist wieder so ein Daumentyp. Der alte, der alte, der Zwölffinger-Polli ist da wieder. Okay. Ähm. Schädel kriegen wir neue. Calvin hat überlebt. Was muss ich machen? Was mache ich als nächstes? Ich würde gerne mit den Keycard-Sachen ausprobieren. Ich würde gerne mit den Keycard-Sachen ausprobieren. Und vielleicht noch. Und vielleicht noch. Ich meine, jetzt wo wieder. So. Dann hier vielleicht noch. So. Und hier. Hier auch noch. Hm. Huch. Prima. Äh. Hier reicht's nicht für den Zaun, ne? Ne, leider nicht. Hier? Auch nicht. Naja. Okay. Dann. Achso, da waren die Tücherchen. 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 Von dem haben wir ja genug. Komm. Drauf da. Das ist wie Sowjetten. So. Und dann würde ich unsere neuen Freunde mal fragen, ob die Bock hätten. Aber das geht nicht kaputt. Äh. Ob die einfach Bock hätten. Warte. Ne. Ich glaube, wir haben die drei Knochen, ne? Äh. Die drei Schädel. So. Ach, nö. Ach, bitte. Stirb doch bitte ein bisschen schneller. Ich will dich rübertragen. Hast du Freunde hier? Dann helfe ich dir. Gut, ich helfe dir doch nicht. Danke. Danke für ihren Service. So. Warte, 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 warte. Der kommt noch mal rüber. Seine Leidenschaft hat Feuer gefahren. Oh no, oh no. Zwölf Finger Poldi und... Oh, der Mayonnaise-Mann ist wieder da. Vielleicht treffen die gleich aufeinander. Treffen der Generation. Warte mal, da kommt noch... Wo ist denn das? Was kam da aus dem Baum? Ja, Calvin, ich weiß. Renn doch da nicht hin. Kann ich hier nochmal... Dankeschön. Nein, war das Falsche. Das wird nicht funktionieren, ne? Das hält ihr nicht zurück. Ich vermisse unsere Dame. Die hat immer gut geregelt. Hä? Warte mal, bleib doch mal ein bisschen stehen. Das tut mir fast ein bisschen leid. Komm, hau ab. Hau einfach ab. Geh aber nicht in die Spikes. Geh nicht in die Spikes. Geh nicht in die Spikes. Geh nicht in die Spikes. Gut. Das hat mir echt ein bisschen leid getan, gerade. Ja. Meinen Pfeil brauch ich wieder. Dankeschön. Oh Mann, wir müssen ja auch mal irgendwie weitermachen, ne? Aber wir haben einfach so viel Shit hier rumliegen. Diese ganze Scheiße hier. Nein, nicht diese Scheiße. Oh, diese Scheiße hier überall. So. Voll. Das klappt ja super. Ich dachte, ich wäre stärker. Jetzt schreit die auch noch rum. Weißt du, ich habe die gehen lassen und die schreit jetzt aber noch rum. Das ist so unhöfliches Verhalten. Das ist so mega unhöflich. Was soll ich denn da noch sagen? Oh, was liegt denn hier noch rum? Ein Stück Tür. Das Dach muss ich auch noch mal irgendwann machen. Aber ich will die Keycard. Aua. Aua, 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 aua. Benutzen meine ich. Ich will die benutzen. Ich will mal kurz zu diesem Food-Dingens da gehen in der Nähe. Wir müssen, aber wir müssen auch noch unser Inventar leeren. Oh, Shit. Jetzt habe ich ein Lager und keinen Bock drauf, das zu benutzen, weil das so viel Stuff ist. Äh, zum Sortieren. Wir haben zum Beispiel... Okay, ich gucke noch mal ganz kurz. Ich sortiere mal ganz kurz noch schnell um, ja? Äh, wir haben noch Austern, aber nicht so viele. Oh, ich habe keinen Bock, das zu sortieren. Ich habe gar keinen Bock drauf. Ich liebe Lager, aber ich hasse es zu sortieren. Ach, ich gehe doch zu netto. So. So.